Mein Name ist Laura. Ich bin Sängerin und Musikpädagoge. Ich unterrichte mit Rohema Kinderinstrumenten, weil du hast hier eine Vielfalt an Klanghölzern, anrasseln auf eine reizarme Art und Weise, die die Kinder nicht überfordert. Hier sind keine Instrumente quietschbunt auf Plastikart und Weise, sondern wenn sie farbig sind, dann sprechen sie die Kinder durch schöne, satte, einladende Farben an. Dadurch, dass die Kinder den Instrumenten experimentieren sollen, sind Instrumente in guter Qualität aus Holz ohne Schadstoffe wichtig. Jede Mama und jeder Papa ist darum besorgt, dass das Kind auch auf gesunde Art und Weise und ohne Gefahr musizieren kann. Ich erlebe Rohema als sehr familiäre Firma, als sehr faire Firma. Regionalität und Nachhaltigkeit ist bei Rohema mit an erster Stelle. Sowohl bei den Kids Percussion als auch bei ihren anderen Produkten ist es hier ein wichtiger Aspekt. Wenn ich jetzt auf die Sinnhaftigkeit eingehe, was die Kinder hier erleben, kann ich das gar nicht in qualitativ besserer Form finden. Das ist ein wichtiger Aspekt. 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 Untertitelung des ZDF, 2020